Herzlich Willkommen Session hier auf der NAMM 2016 und hier bei uns beim Pearl Stand. Wir als Hörmer Pearl feiern dieses Jahr unseren 70-jährigen Geburtstag und das tun wir mit sehr vielen neuen interessanten Produkten. Eins davon ist unsere neue Lightweight Hardware, die ich euch jetzt gerne hier kurz vorstellen möchte. Die Lightweight Hardware, die Beckenständer sind nicht schwerer als 2 Kilo. 2,1 Kilo ein Beckenständer gibt es in der geraden Version in einer Geigenversion. Die Geigenversion ist versenkbar und die Beckenständer sind unilog mäßig verstellbar. Das besondere an unserer Lightweight Hardware ist, man kann sie zum einen in der begehrten Flat Base Version benutzen, wie es andere auch können, aber schaut mal her, man kann sie so auch in der traditionellen Version benutzen. Also das ist der einzige Lightweight Hardware, die diese Funktion hat, sowohl traditionell ausgespielbar als auch Flat Base. Und noch eine weitere Besonderheit gegenüber unseren Mitbewerbern. Die Hyatt hat eine Zwirve-Funktion, was natürlich heute nahezu jeder braucht, der ein Doppelpedal spielt. Das ist VeriUNIQ. Keine einzige Flat Base Hardware auf dem Markt ist ausgestattet mit einer Zwirve-Funktion von der Hyatt. Unsere neue Lightweight Hardware in Europa wird sie erhältlich sein ab circa Mitte März. Und checkt sie einfach aus in einem der Läden der von Session oder auf Session.de unsere neue Flat Base Lightweight Hardware. Hardware!